So meine lieben Freunde, willkommen zu diesem Video oder herzlich willkommen, dass du eingeschalten hast. Ich wollte dir mal wieder ein kleines Update liefern, was hier zu den letzten Tagen passiert ist. Und ja, vor ein paar Tagen hatte ich ein bisschen was gepostet gehabt, wie dir Instagram und wie dir YouTube der ein oder anderen Würz gesehen haben. Schreibt es mir mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Ja, warum und wieso ich mich von dem Vectra und auch von dem Ford trennen musste, das werde ich in einem detaillierten Video dann nochmal bekannt geben. Wer das noch nicht gesehen hat, geht einfach mal in die Uploadliste unter den letzten Videos und dann schaut es sich einfach an. Das hat nichts damit zu tun gehabt, dass das Schrottkarren gewesen sind oder jegliches oder dass ich zu blöd gewesen bin, diese zu reparieren. Nein, es hatte nämlich einen ganz anderen Grund, den ich schon mal in ein paar Livestreams erwähnt hatte. Ja, jetzt fragt der eine oder andere sich, hä, was hat denn der erwähnt? Ja. Ich gebe nur einen kleinen Tipp, meine Freundin hatte sich mal vor längerer Zeit was angeschaut gehabt und dies wird im August, November rum auch stattfinden. Der eine oder andere wird sich da vielleicht freuen für mich, der andere wird sagen, äh, 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 auch für solche Leute. Hm, ihr müsst meine Videos nicht schauen, wenn es euch nicht passt. Naja, gut, egal. Gut, aber kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema, warum ich dieses Video eigentlich gemacht habe oder machen möchte. Denn am Dienstag, ja, lauscht, macht eure Lausche auf, denn am Dienstag, Dienstag, hört richtig hin, genau diesen Dienstag, der jetzt kommen wird, wird was zur SoTV-Familie dazukommen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt wieder eine neue Errungenschaft. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare posten, was ihr denkt, was es sein könnte. In Instagram hatte ich ja schon so kleine Anschuldigungen gemacht oder Ankündigungen gemacht. Deswegen schreibt es mir mal in die Kommentare, mich würde das sehr interessieren. Ja, Dienstag ist es dann auf jeden Fall soweit. Da wird auf jeden Fall auch eine neue Videoreihe dann stattfinden und es werden wieder sehr, sehr viele Videos geben. Und, ja, eine komplett neue Videoreihe wird eigentlich losgehen. Sagen wir es einfach mal so, ne, weil wir müssen auch manche Sachen abschließen. Wir müssen manche Sachen auch sagen, okay, bis hierher noch nicht weiter. Und, ja, gut. Ich bedanke mich trotzdem für euer Einschalten oder für deine Einschalten. Wenn du das andere Video noch nicht gesehen hast, hast du jetzt die Möglichkeit. Bis bald. Mach's gut.